Heute stellen wir euch den Aufbau einer Genossenschaft vor. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Dieses Leitkonzept der Volksbanken und Raiffeisenbanken habt ihr bereits in den Videos zuvor kennengelernt. Nun möchten wir euch zeigen, wie diese Idee durch den Aufbau der Genossenschaften umgesetzt wird. Das Fundament der Genossenschaft ist die Mitgliedschaft. Die Mitglieder einer Genossenschaft schließen sich zusammen, weil sie ein gemeinsames wirtschaftliches Ziel im Verbund leichter erreichen. Auch du kannst Anteile der Volksbank Trier erwerben und so Mitglied werden. Um genau zu sein, gehört dir dann die Bank zu einem Bruchteil. Somit kannst du durch die Wahl von Vertretern an demokratischen Entscheidungsprozessen mitwirken und dadurch indirekt die Richtung deiner Volksbank mitbestimmen. Diese Vertreter finden auf der sogenannten Vertreterversammlung zusammen und treffen Entscheidungen im Sinne der Mitglieder. Denn die Förderung dieser steht im Vordergrund der Genossenschaften. Jede Genossenschaft ist dazu verpflichtet, einen Aufsichtsrat zu bilden. Dieser wird von der Generalversammlung gewählt. Zu den Aufgaben des Aufsichtsrates zählen primär die Überwachung der Geschäftsführung des Vorstandes, die Durchführung von Kontrollen und Revisionen und die Berichterstattung in der Generalversammlung. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen, die vom Aufsichtsrat gewählt werden. Zu seinen Aufgaben gehört die eigenverantwortliche Leitung der Genossenschaft durch Vertretung nach außen und die Geschäftsführung nach innen. Als Mitglied der Volksbank Trier bist du aber nicht nur Miteigentümer deiner Bank, du sicherst dir gleichzeitig auch viele Vorteile bei unseren Verbundpartnern wie der Fondsgesellschaft Union Investment, dem Versicherungsunternehmen R&V oder der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Regionale Vorteile bietet die von allen Volks- und Raiffeisenbanken angebotene VR-Bank hat Plus, mit der die Mitglieder nicht nur eigene Vorteile nutzen können, sondern auch die Wirtschaft der Region und deutschlandweit ankurbeln. Im nächsten Video zeigen wir dir dann, wo du die genossenschaftliche Idee heute noch in deinem Alltag findest. Bis bald, deine Volksbank Trier.